Geht's dir nicht so gut? Boah, ich kann mir tut der, kann nicht einfach sitzen. Nee. So, cool? Sieht total entspannt aus. Finde ich auch. Ich bin, ich kann mich im Moment, als ob dieses Jahr für den Arsch ist, kann man mal sagen. Nein. Nein, es ist nicht so. Das hat doch gerade erst angefangen. Ich habe zum ersten Mal in diesem Jahr Arsch gesagt. Wow. Es wird hoffentlich nicht das letzte Mal sein. Nein, definitiv nicht, denn ich möchte da weitermachen, wo ich aufgehört habe. Bloß nicht. Was? Impressier. Impressier. Impresse mich. Jetzt eine Mädchenfotobearbeitung. Gehen, langweilig. So, sag. Ja, dann. Nein, sorry. Zusammengefasst. Ja, bitte. Soll ich ein Foto machen? Komm, ich mache jetzt ein Foto und dann kann man das wunderschön bearbeiten. Da, nicht schon wieder. Was willst du jetzt? Ich will was anderes fotografieren. Ich will gerade habe ich so Katzkanzen. Ich will was anderes fotografieren. Mach was anderes, immer dasselbe. Ja gut, mach mal. Warte, ich wollte den Ball holen. Nein, nein, nein. Ist gut. So. Hast du? So, use Foto. Use me, abuse me. Scale and crop. So, super. Und jetzt geht's los. Man kann. Wunderschöne, ganz tolle. Oh, oh, oh. Ach du Scheiße. Was sagst du denn? In verschiedenen Farben, grün, braun, pink, äh, pink. Brutal. Orange, steht dir gut. So. Kann man einen Dramat rüber machen? Auf. Kannst du ja noch ziehen? Ja. Oh, wie schön. Schön. Auf okay. Oh Gott. So, dann kann ich zum Beispiel Doodles machen. Ich mache dann zum Beispiel, das hier drauf. Okay. Super. Auf okay. Ach so, da kann ich auch. Mädchen oder eine Kinder-App? Mädchen. Das sind, es gibt Mädchen, die da draufstehen, glaube ich. Auf mich, ja, das stimmt, Demi. Oder so Nail Polish mache ich jetzt drauf in rot. Das tue ich hier hin. Das sind einfach so Krickel-Krackel-Dinger, oder? Das ist nicht Krickel-Krackel, das ist wahnsinnig toll. Filter gibt's, zum Beispiel Gold, Shade, Eagle, Ratch, Invert, Cartoon, Chaplin, Wahnsinn. Pencil, wow, guck mal. Das ist eine Schlaffierung dann, ne? So, das ist, was ist das denn? Mein ist ein Purple. Das sieht richtig schön an. Viele Filter kann man dann machen. Eine App, die sich definitiv auf meinem iPhone wieder nicht finden wird. Effekte gibt's dann auch. Also man muss immer das abspeichern, was man gerade ausgesucht hat, sonst ist es weg. Brightness ändern wir jetzt mal. So, Color, so, Sharpen. Was ist denn los? Dieses Sofa ist im Moment gegen mich. Aua, was war das denn? Habt ihr das gehört? Es hat geknackt. Es hat so krass geknackt. Und ich quietsche auch. Naja, das speichere ich jetzt auch mal ab. Und dann das Allerbeste. Jetzt kommt das, was dir am meisten gefallen wird. Das ist gleichzusetzen mit Diddlmäusen. I freaking love you. Be yourself. Was? Hello. Das sind so schwule Sprüche oder was? Und man kann so... Boah, übel. Mach weg. I love summer. Boah. Nehme ich jetzt. Boah. Achso, das kann man ja ändern. Dann ist gut. Nee, ich ändere das aber nicht. I love summer. Gut, das steht jetzt da. Und ich mache es jetzt in... Oh Gott. Mach das. Ist so schön, Emi. Ich bin ganz kurz davor, eine Pfütze zu produzieren. Save photo. Und dann kann man das speichern, entweder in seiner eigenen Fotokamera, im Fotoroll oder in My Collections. Und dann ist es eben in der App gespeichert. Oder du kannst das bei Facebook hochladen. Soll ich das mal machen? Nee, Emi, das gerade eben nicht. Denn im Pressia, die Fotos, die man damit erstellt, sind einfach viel zu schön, um sie mit der Menge zu teilen. Kostet auch nur 1,79. Super App. Super schön. Super App.